Herzlich Willkommen im St. Franziskus Krankenhaus in Eidorf. Ich stehe hier in der wunderschönen Herbstsommer und möchte Sie einladen zum 18.11. zu unserer nächsten Online-Live-Veranstaltung. Bitte markieren Sie sich im Kalender ganz dick den 18.11. ab 18 Uhr für eine Stunde. Dann beantworten wir Ihnen wieder die Frage, meine Schulter schmerzt. Was kann ich tun? Wenn also Ihre Schulter Schmerzen verursacht, wenn Sie sich nicht trauen zum Arzt zu gehen, wer geht schon gerne zum Arzt, dann sind Sie in diesem einstündigen Live-Veranstaltung genau richtig, denn wir werden mit unseren Experten wieder Ihnen erklären und Ihnen auch die Fragemöglichkeit ermöglichen, wie man mit Schulter Schmerzen umgeht. Mit kleinen Einspielerfilmen nehmen wir Sie mit in unseren Krankenhausalltag, mit den Interviews unserer Experten nehmen wir Sie mit in die medizinische Welt. Mir zur Seite stehen unsere Referenten Dr. Georg Störner, unser Chefarzt der Orthopädie-Unfallchirurgie und Leiter des Endopothetikzentrums, Herr Annas Malkawi, unser Oberarzt in der Orthopädie-Unfallchirurgie und einer der Hauptoperatoren im Endopothetikzentrum und Frau Anna Wolf, unsere Leiterin Entlassmanagement. Markieren Sie sich den Termin, kommen Sie am 18.11. ab 18 Uhr zu uns, stellen Sie Ihre Fragen zu Ihren Schmerzen, wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bye! up! 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 с